Das Spiegelhaus von Carol Johnston. Es liest Sabina Godetz. Wenn man das Leid des wahren Lebens mit den Freuden des Eingebildeten vergleicht, will man niemals mehr leben, nur noch für immer träumen. Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo Man hat immer nur zwei Möglichkeiten. Entscheide dich zu leben oder entscheide dich zu sterben. Stephen King, die Verurteilten Prolog 5. September 1998 Der Himmel leuchtete rosa. Was besser war als rot, wie Al sagte, als wir wieder Angst bekamen. Grandpa hatte immer gesagt, Abendrot, gut Wetter bot, Morgenrot mit Regen droht. Er war zur See gefahren. Der Wind blies kalt und wurde sogar noch kälter. Auf Al's Gesicht glänzten immer noch Tränen und ihre Finger zuckten. Ich konnte nicht aufhören zu zittern. Wir hielten uns an den Händen und gingen immer der Nase nach, bis die hohen, überfüllten Mietshäuser zu einem einzigen, bedrohlich aufragenden, dunklen Haus verschmolzen, in dem Kindermörder lauerten und uns beobachteten. Aber wir sahen niemanden, hörten niemanden. Als wären wir wieder im Spiegelland. Sicher und doch voller Angst. Was sich änderte, war der Geruch der Förder, der stärker wurde und näher kam. Der Hafen war in Chaos aus Schmiere und Öl und Metall und Salz. Möwen erwachten und krähten wie Hähne. Wir blieben an einem Lagerhaus aus nacktem Holz stehen, das von der Nässe ganz dunkel war. Davor, an einer steil ins Wasser abfallenden Betonmauer, stand ein Kran, von dem eine rostige Kette mit Haken herabhing. Flut. Nur jetzt konnte man die Segel setzen, um auf die hohe See hinauszufahren. Erl hielt meine Hand ganz fest, als wir auf die runden, auf- und niederhüpfenden Bojen und die langen Pontons hinausblickten. Wir sahen Yachten, weiß und glatt, mit klappernden Metallmasten. Und draußen auf offener See, außerhalb der Mündung, einen Tanker am Horizont. Aber wir wollten keines dieser Boote. Ihretwegen waren wir nicht hier. Ich durchsuchte meinen Rucksack, bis ich Mams Puderdöschen fand. Etwas davon verteilte ich auf Els Wangen. Deine Augen sind ganz rot, flüsterte ich, und sie tat so, als täte ihr meine Berührung nicht weh. Du blutest noch, flüsterte sie zurück, heiserer als ich, obwohl ich mehr geschrien hatte als sie. Was treibt ihr beiden Mädels denn hier um diese Zeit, ha? Seine Taschenlampe blendete mich, aber als ich wieder sehen konnte, war er genau so, wie Mom gesagt hatte. Ledrig und zahnlückig, mit einem weißen, buschigen Bart. Ein alter Seebär. Ich heiße Alice, sagte Al. Ich spürte ihre scharfen Nägel an meinen Fingern. Ihre Stimme war so ruhig wie das Hafenwasser. Und das hier ist meine Zwillingsschwester Catriona. So? Er kam ein wenig näher und schwankte dabei. Ich rauchte den Rum in seinem Atem. Mein Herz klopfte schneller, und ich straffte die Schultern. Wir wollen auf ein Piratenschiff. Das Licht seiner Taschenlampe sprang in weißen Kreisen schwindelerregend auf und ab. Ich musste blinzeln. Meine Augen begannen zu tränen. Und dann stieß er einen Fluch aus. Einen, den Grandpa auch immer benutzt hatte, aber keinen seiner Lieblingsflüche, und wich von uns zurück. Die Augen aufgerissen wie bei einer Maske der Grebo von der Elfenbeinküste in Grandpas Enzyklopädie. Bleibt genau hier stehen, okay? Geht nirgends hin, verstanden? Aber fährt denn bald ein Schiff? rief ihm Al hinterher, als er im Schatten des Lagerhauses verschwand. Wir hörten, wie sich die Tür knarrend öffnete und dann wieder zuschlug. Erl wandte sich zu mir, gab einen erstickten Laut von sich und ließ mich los. Oh nein, dein Pulli! Wir haben vergessen, deinen Pulli auszuziehen! Ich hatte plötzlich mehr als nur Angst. Es war, als wäre ich ganz tief im Kalten und Schwarzen geschwommen, als hätte mich jemand herausgezogen und ich wüsste nicht mehr, wie man atmet. Ich ließ meinen Rucksack fallen, zog meinen Mantel aus und obwohl mir alles weh tat, obwohl Erls Finger mich zwickten und kratzten, zog ich mir den Pulli über den Kopf und ließ ihn auf den Betonboden fallen, als krabbelten Spinnen darin herum. Da roch ich es, säuerlich und warm. Was machen wir damit? fragte Al und ihre Stimme war nicht mehr leise oder ruhig. Er kommt doch zurück! Er kommt zurück! Sie rannte um das Lagerhaus herum und griff nach einem zerbrochenen, verrosteten Verteuring auf dem Boden. Mit Seemannsknoten machten wir die Ärmel des Pullis daran fest. Unsere Hände waren eiskalt, unsere Zähne klapperten. Dann rannten wir zurück zum kabbeligen Wasser außerhalb des Hafens und warfen den Ring so weit ins Meer, wie wir konnten. Es klatschte laut. Als wir zum betonierten Teil des Hafens zurückkamen, waren wir außer Atem und versuchten so sehr, nicht zu weinen, dass es klang, als erstickten wir. Plötzlich drehte sich der Wind und drückte uns von der Kante der schrägen Betonmauer fort. Ich glaubte wieder, das Blut riechen zu können. Säuerlich und dunkel. Aber das salzige Meer war stärker, genau wie der Griff von Al's Hand. Ein weiser Seemann verlässt den Hafen niemals an einem Freitag, flüsterte ich. Langsam tat mir Al mit ihren Fingern weh. Heute ist Samstag, du dumme Kuh, sagte sie. Aber ich wusste, dass auch Al Angst hatte. Ich wusste, dass sie sich fragte, ob es wohl schon zu spät war, zurückzugehen. Wird alles wieder gut, Al? Wir schauten hinüber zur Förde, an dem kleinen Inselchen Inchkeith und dem weit draußen fahrenden Tanker vorbei. Wir zitterten und hielten uns immer noch an den Händen, standen nahe genug beieinander, um den Herzschlag der jeweils anderen zu spüren. Und der rote Himmel zog von der Nordsee aus herauf und breitete sich wie eine Wunde aus. Er schaute mich nicht mehr an, bis wir sahen, wie das Rot über die Mole kroch. Und dann lächelte sie. Dieses breite, schreckliche Lächeln, das so gar nicht zu passen schien. Sie hörte nicht damit auf, selbst als wir schon den ersten Motor hörten und die erste Sirene. Oder als sich die Lagerhaustür erneut knarrend öffnete und wieder zuknallte. Sie lächelte, lächelte, lächelte. Wir werden einander nie verlassen. Sag es. Knirschende Schritte näherten sich. Wieder ein Fluch. Diesmal lauter. Lichter, die uns blendeten, sodass wir die Förde nicht mehr erkennen konnten, sondern nur noch einander. Wir werden einander nie verlassen, flüsterte ich. Sie packte meine Hand jetzt noch fester und ich schluckte, sah zu, wie ihr Lächeln schärfer und dunkler wurde und schließlich verschwand. Niemals, solange wir leben. Es wird alles gut, sagte ein Mann, der nicht der alte Seebär war. Und eine Frau mit freundlichem Blick und einem sanfteren Taschenlampenstrahl trat zwischen uns und hielt uns ihre freie Hand hin. Von jetzt an wird alles wieder gut. Und das war der Tag, an dem unser zweites Leben begann. Teil 1 Kapitel 1 Ich war nicht da, als meine Schwester starb. Ross rief mich an. Er hinterließ fast ein Dutzend Nachrichten auf der Voicemail, bis ich sie endlich abhörte. Eine verzweifelter als die andere. Und ich schäme mich zu sagen, dass ich vor allem auf seine Stimme hörte, vertraut und vergessen, kaum verändert und nicht so sehr auf die Worte, die er sagte. Ich schaue die Nachrichten im Terminal 4 des John F. Kennedy Flughafens. Ich muss hier einen siebenstündigen Zwischenstopp überleben, der an meinem Verstand nagt. Dann muss ich meinen Laptop hochfahren und nachsehen. Ich sitze auf einem Hocker in einem lauten, viel zu hell erleuchteten in einem schnellen Restaurant. Vielen Dank.